Was ist denn hier noch irgendwas? Ah, okay, okay, ich hab's gefunden, okay. Und damit herzlich willkommen zurück zu, äh, wo sind wir hier eigentlich? Angels Goof. Okay, da. Da ist schon wieder irgendwas passiert. Oh, großartig. Zack, 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 zack. No signal, camera view. No signal, no signal, no signal. Zähn wir mal. Ach so, warte mal. Ha, ja, okay, jetzt raffe ich das. Kann das sein, dass dieser Typ auf dem Anruf beantworte, dass ich das bin? Ist das möglich? Hallo? Inzwischen jemand zu Hause? Nö. War der vorher auch schon irgendwo fallen? Weiß ich nicht. Okay, so, also. Wir sollen irgendwo Punkte zum Aufstellen finden, ne? Na gut. Hier komm ich nicht lang. Komm ich da eben auch schon nicht durch? Weiß ich nicht. Gut, gehen wir mal einmal die Runde. Halt, hier hat's geblinkt. Das war mir nur ein Versehen. Okay. So. Hier ist die Musik schon wieder so komisch. Ich möchte das nicht. Es ist für mich völlig okay, wenn das einfach nur harmlos bleibt. Und da sitzt doch gleich jemand, ne? Da sitzt garantiert gleich jemand. Gut, hier ist kein günstiger Platz zum Aufstellen. Wo ist dein günstiger Platz zum Aufstellen? Ach, sieh an! Das war der Trigger. Tja. Okay. Aber raus komm ich immer noch nicht. Okay. So. Nein, 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 nein. Muss ich hier eine Kamera aufstellen? Sieht nichts aus. Hier eine Kamera. Nein. Aber er sagte ja auch, wir sollen nicht ins Fotostudio. Mama sagte ja, wir sollen nicht ins Fotostudio gehen, ne? Keine Ahnung. Ist das oben? Halt, ich gucke erst noch im Bad. Nein, kannst du vergessen. Ich grase einmal alles ab. Im Bad. Ob jemand auf diese Toilettenschüssel passt, ohne dort hinein zu fallen. Okay. So. Wir gehen also nach oben, ne? Juhu. Hallo? Jemand hier? Ne? Ein Schränkli? Ah! Okay, vielen Dank. Und eine Schere, die würde ich gerne mitnehmen. Geht aber nicht. Okay, so. Hallo? Ich bin hier nur zum Spaß. Okay. Nix und auch kein Aufstellpunkt. Das ist schon cool, ne? So räumlich. Ja. Hi. Da hinten ist das... Ich gehe jetzt mal hier lang. So. Das Spiel... Oh nein. Woher denn? Jumpscare. Und? Oh, du musst... Are you kidding me? Och nee. Ernsthaft? Das kann doch nur... Läuft doch garantiert auf eine Verfolgungsjagd hinaus, oder? Äh, warte. Wo ist der Lichtschalter? Da, 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 da. So. Licht. Okay. Boah. Hi. Nix. Oh, Frau Moore. 20. Glücklich, dass sich diese Körperteile bewegen, um zu brechen. Wenn die Modelle tatsächlich kaputt zerbrochen sind, ist die Garantie leider abgelaufen, sodass sie nur gegen volle Bezahlung ersetzt werden können. Wenn Sie die Modelle ersetzen möchten, können Sie sich gerne an mich wenden. Und vielen Dank für Ihren Vertrauen. Mit freundlichen Grüßen, Luise Vargas, Leiter- und Kundendienst. Okay. Äh, ja. Die Puppen haben sich also bewegt, ne? Ist das die Aussage? Das ist die Aussage. Ich denke, da sind wir uns einig. Ich möchte... Ich schau dir... Och nee, du schon wieder. Oh, hell no. Was machst du denn hier? Warum? Was möchtest du mir sagen? Oh. Hast du mich darauf hinweisen wollen? Das ist sehr freundlich. Jesus. Of course that just happened. Gott. Okay. Probably a good spot for a camera. Ja. Eindeutig. Interessante Kleider. Aber ich hab schon keine Panie. Ich will nicht mehr. Du hast doch... Ich kann hier aber auch nicht das Ding abziehen, ne? Und die Puppe ist weg. Natürlich ist sie das. Okay. Fantastisch. So, Leute. Ich bin raus hier. Ciao. Okay. Falls sie schnell laufen muss. Da geht's runter. Hier ist nix, ne? Außer vielleicht noch einer. Nein, 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 nein. Nein, verzieh dich. Nein. Was machst du da? Hau ab. Ne. Da. Was ist da denn? Okay. Okay. Ja. Komm ich da rein? Ja. Ich suche nur noch die Achievement. Die Story interessiert mich nicht mehr. So. Hier komm ich. Doch, da komm ich rein. Was haben wir jetzt hier wieder für ein krankes Zeug? Da ist noch eine Pille. Okay. Ich will jetzt erst das Licht einschalten. Nicht, dass da irgendjemand... So. Und die Tür wieder zu. Ne, die Tür geht nicht wieder zu. Okay. Wohin ist er verschwungen? Die? Sie? Die Puppe? Was ist das da für ein verdächtiger Fleck? Das nehme ich mit. Ich höre fliegen. Kann ich das da mitnehmen? Nee. Nee, es ist einfach nur so. Okay. Oh, verdammt. Ein Schlafzimmer. Okay. Spiegel sind zerbrochen. Hallo? Jemand hier? Hinter der Tür? Nö. Okay. Hier komme ich nicht rein. Ah. Okay, danke. Wie viele habe ich? Darf ich jetzt gehen? 12 von 17. Hm. Okay. Ein paar Klamotten. Super. Die müssen hier wirklich eilig aufgebrochen sein. Oder sie sind gar nicht aufgebrochen. Und liegen hier noch irgendwo. Die unterste kriege ich... Doch, die unterste kriege ich auch auf. Okay, warte. Dann muss ich das hier nochmal ausprobieren. Naja, ich stehe im Weg, ne? Hm, das war sehr ungünstig. Okay. Ein Schrank, ein eigenes Bad. Voll der Komfort. Was hast du gelesen? Weiß ich nicht. Das ist ein Zweierbitt. Das wird wohl das Elternschlafzimmer gewesen sein, ne? Mhm. Hm. Elvis. Ach nee, das ist die Großmutter. Der Nebel ist immer noch da. Was ist das mit dem Nebel? Yeah. Buh. Gott. Okay, irgendwas drin hier. Irgendwas krasses? Nee. Okay. Hi. Ach, hier ist doch... Das schreit doch gerade zu einer Jumpscare. Hm. So. Ich bin nur auf der Suche nach roten Pillen. Ich brauche die für... Ach, hier ist schon wieder so ein Riesensitz. Was haben die hier nur mit den Sitzen? Ich versuche mich damit nur abzulenken, dass hier komische Dinge passieren. Okay, hier gibt es keine roten Dinger. Aber hier ist... Ja, 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 ja. Geil, 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 geil. Ich freue mich so. Das hier müsste doch das Ankleidezimmer sein, oder? Ah. Hier funktioniert das Licht nicht. Verdammt. Ich werde hier doch bestimmt gleich... Trapped, oder? Hm. Sag ich doch. Oh, fuck. Nein. Ähm. Ähm. Funk. Machen wir das jetzt? Was sagt sie da eigentlich die ganze Zeit? Na los. Nix. Noch ne Kamera. Nein, nicht cool. So. Ähm. Ja, ne, wir haben ja noch einen Raum zu untersuchen. Den hier. Boah. Hier funktioniert das Licht. Das sieht aus wie ein Kinderzimmer. Ja. Okay. Ach, guck mal. Oh. Voll schön. Und eine Pille. Danke. So, haben wir hier auch noch was. Eine Menge Klamotten. Das sind aber breite Schubladen. Ah, hier. Da. Guck mal. Hihi. Sehr cool. Die ist lockt. Hm. Vielleicht möchte ich das spielen. Ich denke, das Kind hat keine Probleme. Äh. Okay. Ja, allerdings. Oh, meine Güte. Ist es das Kind, was uns hier heim sucht? Ich weiß es nicht. Irgendwas im Bett versteckt? Unter dem Kopfkissen? Ne. Da im Nachtschrank. Da könnte ich doch mal nachsehen. Ist aber... Ne, komme ich nicht ran. Fairy Tales. Oh. Und ein Zauberwürfel. Ja, super. So. Das hier müsste das Bad sein. Wieso? Warum? Wieso? Was ist hier los? Äh. Da ist der Lichtschalter. Okay. Jawohl. Sehr gut. Nein. Wieso ist hier die Tür eingel... Hier gab es eine Tür. Okay. Diese Bar... Diese Vorhänge, ne? Kann mir das System mal irgendeiner erklären, was es mit diesen Vorhängen auf sich hat? Weil wenn du so einen Vorhang hängst, dann läuft doch das Ganze... Ich meine, ja, Verspritzwasser, okay, meinetwegen. Aber wenn hier eine Dusche ist, du hast das ja oft auch vor Duschen, also vor Wannenduschen, dann läuft doch das ganze Wasser, naja, hier runter und nicht in die Wanne. Man muss doch den, äh, den Vorhang dann in die Wanne ziehen. Oder? Weil ich habe es jetzt schon so oft anders gesehen, dass da, dass da, ähm, ja, dass der einfach so hängen gelassen wird. Aber das ist doch völlig unlogisch. Ja, 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 ja. Hallo? Na? Ich bin nur wegen der Gifts hier. Okay. Oh nein. Ich weiß, warum ich habe es. Ich muss mal erklären, was ich... Na, das war so klar. Verdammt. Hallo? Wieso ist jetzt gleich alles dunkel? Oh, ich traue mich nicht. Nee, ich... Ach, ich bin weg. Haben wir alle? 16 von 17, verdammt, eine fehlt noch. Ich komme hier nicht raus. Nö, deshalb komme ich hier nicht raus. Hi. Nö. Oh nein. Seriously? Er bleibt ziemlich cool dabei, ne? Er bleibt echt cool dabei. Hätte ich das gerade... Warum gehe ich hier nochmal rein? Bin ich doof? Warum tue ich mir das an? Also 16 von 17. Eine fehlt uns noch. Ach, Quatsch. Bin Jungs. Oh. Okay. Schön. Nein. Ach, ist egal. Weg hier. Komm. Ist gut. So. Jetzt. Im Mega-Tempo. Räumen, 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 räumen. Hau ich ab. Und gehe runter in die Küche, ne? Ja, in der Küche hatte ich das Zeug aufgestellt. So, tschüss. Wo ist die Küche? Da ist die Küche, ne? Ja. Nee, das war nicht die Küche. Ich finde es komisch, dass man hier nicht laufen kann. War das so geplant? Hi. Jemand hier? Nee. Okay. Kamera-Roll. Okay, dann lass uns... Something's up with the Studio-Kamera. I'd better go check it out. Nein! Das brauchst du überhaupt nicht checken. Das soll so sein, glaub ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Verdammt verbunden. Warum? Ey, komm ich jetzt hier raus? Ich kann doch einfach gehen, ne? Ich kann doch einfach abhauen. Wie Nudes? Nein? Hm. Ganz toll. Boah. Da ist niemand hier. Gut. Hallo. Ich komme. Ready or not? Es ist so ruhig. Da kommt doch garantiert gleich so ein... So ein Plop, ne? Garantiert. Entweder wenn die Musik komisch wird, oder wenn so gar nichts da ist wie jetzt. Das kann doch nur heißen, gleich kommt der große Aufschrei. Also, meiner. Okay. Vielleicht hat die Stuhlkammer auch nur was erfasst. Ach, sie ist natürlich genau auf der gegenüberliegenden Seite. Na ja, klar. Hallo? Bist du friedlich? Ganz ruhig, Kinders. Drei, lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Das ist wunderschön. Die Kamera scheint okay. Lalalalalala. Vielleicht ist etwas anderes, das interferen mit mir. Lira. Geh für Geisterbox. Was? Da muss ich dich jetzt auch spüren, oder was? Oh nein! Geh für Geisterbox. Das klingt wie eine Frau, aber ich kann nicht... Kannst du mehr klarer kommen? Ich kann nicht ganz... Sie sagte, du solltest hier nicht sein. Well, das erklärt die Interferenz von mir. Findest du? Jesus, hat das wirklich passiert? Ja. Du klingst erfreut, aber das solltest du nicht sein. Ich hau ab. So, ciao. Alter! Tschüss! Sicher... Oh nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Ich hau ab. Bist du bescheuert? Du willst ja nochmal hochgehen. Bist du irre? Bist du doof? Hau ab hier. Du siehst, auf welchen das führt. Nein, wir hauen nicht ab. Wir tun uns das weiterhin an. Natürlich. Und nicht. Klar. Was ist denn da los? Hallo? Jemand hat das Feuer angezündet? Ist doch kuschelig. Oh nein, du schon wieder, ne? Was machst du hier? Warum bist du hier? Was willst du hier? Und weg ist er. Klar nicht creepy. Okay, tschüss. Hier, ich möchte gehen. Ciao. Du, ganz ehrlich, ich würde gerne abhauen. Ich würde es wirklich gern. Aber der Typ hier ist doof. Der Typ hier hat keine Ahnung mit, was für ein krasses Zeug er spielt. Kann ich die Schiere mitnehmen? Und? Wo war denn nochmal der Master Bedroom? Das war das da hinten, ne? Warum ist das Licht eigentlich aus? Ich will nicht, dass das Licht aus ist. Falls es hier gerade sehr düster sein sollte, Leute, dann liegt das daran, dass hier keine Beleuchtung ist. Woher kommt das Licht? Man weiß es nicht. Okay, Master Bedroom. Okay. Und, Leute. Tada! Yay! Kabumm! Ich kann ja nichts machen. Da komme ich nicht mehr rein. Super. Super. Ich kann wieder gehen, ne? Tschüss! Super. 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 Vielen Dank.